hallo meine freunde und schön dass wir am startzeit zu einer weiteren news zum american truck simulator weil die 1.47 ist jetzt da es bedeutet natürlich auch dass wir oder der ein oder andere wartet bis der euro truck simulator aus der beta rauskommen um vielleicht aus der 46 endlich die neuen features zu sehen das weiß ich nicht vielleicht morgen die wahrscheinlichkeit sieht auf jeden fall sehr gut aus und dass wir am wochenende vielleicht truckers mp fahren lasst einfach ein däumchen da wenn ihr nichts verpassen wollt könnt ihr auch ein abo da lassen und heute bin ich live und wir werden jetzt dann ganz kurze zusammenfassung machen was die 1.47 im american truck simulator alles so bedeutet wir haben natürlich den gas auflieger als neue trailer version bekommen ja in verschiedenen versionen und updates dann haben wir natürlich auch unser acc unser abstandskontrolle ja naja ihr wisst schon in verbindung mit den tempomaten und notbrems assistenten dann ein normales oder neues overlay haben wir mit zu dazu bekommen ja und ja eine komplette auflistung wo wir die letzten frachten ja absolviert haben des weiteren können wir jetzt wenn wir neu ins spiel kommen selber noch mal entscheiden wo wir denn als erstes starten ja und es hat natürlich auch noch mal hier ein kleines video wo denn alle features noch mal inbegriffen sind hier noch rein gemacht ja ihr seht es jetzt hier mit diesen neuen auflieger ja ganz schick kann man auf jeden fall so machen ja hier noch mal ganz kurz noch mal erklärt acc dass dann der lkw automatisch ja die geschwindigkeit verringert oder ebenfalls abbremst das mit den abbremsen habe ich auf jeden fall erst mal raus gemacht dieses break system dann gehen wir mal weiter sieht man funktioniert auch ganz gut des weiteren hat man auch neue solche lokalen spots noch hinzugefügt das zeigt erst erst noch mal ganz entspannt und ja es wurde in juta noch mal solche spots auch hinzugefügt ja nicht allen bereichen wurden da solche sehenswürdigkeiten rein gemacht in einer auch noch mal und dann noch die spezialtransport die neue strecke die wir jetzt auch abfahren können haben wir schon im eurotracksemonator gesehen und ja das war es dann erst mal und das ist noch gar nicht aufgefallen bewegt bewegliche werbung das ist mir noch nicht aufgefallen wieder was gesehen ja so einfach ist es manchmal und natürlich effekte um fahrzeug das ist halt wenn boden straße nicht so korrekt ist dass man das halt noch mal ein bisschen besser sehen kann oder das fahrzeug noch ein bisschen hoch unterschaukelt so und jedes mal zum anfang werdet ihr noch mal informiert wenn eine neue version ist so das soll es gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen lassen wir sehen uns heute abend live würde mich freuen da gibt es eins auf die mütze da ist nämlich boxen angesagt mit diesen worten mache ich einen fisch und sage haut rein macht's gut bye bye